Heute ändert sich viel. In nächster Zeit werden die Uploads unregelmäßiger kommen. Lediglich aller 2 oder 3 Wochen wird Sonntag eine riesige Zusammenfassung der letzten Zeit erscheinen. Dafür werden wir in den Videos mehr Fortschritt haben und alles in einem geilen Zusammenfassungsvideo. Jedoch ist das nur übergangsweise, bis ich in meinem festen Ausbildungsplan bin und ein bisschen anderen Kram geregelt habe. Ich hoffe danach können wir die Videos wieder regelmäßiger gestalten. Das wäre auf jeden Fall mein Ziel. Trotzdem bin ich auf Twitch jeden Montag, Freitag, Samstag und Sonntag weiterhin ab 20 Uhr live. Und wann die Videos genau kommen, also 16 Uhr sowieso, aber an welchem Sonntag, in welcher Woche, könnt ihr immer auf Instagram, Twitter oder auf meinem Discord-Server erfahren. Alle wichtigen Links zu meinen Socials findet ihr unten und jetzt würde ich sagen rein in den zweiten Part Spawnfarmprojekts. Viel Spaß. Naja, scheinbar gibt es dann immer noch keinen Stopp. Scheinbar müssen wir nochmal ordentlich, ordentlich was hier dran machen. Und ich würde sagen, der nächste Step, den ich mir jetzt vornehme, ist deine, ja eine nächste Kaktusfarm zu entwerfen, zu bauen. Aber nicht eine wie diese, die von 0 bis sonst wo geht, sondern wir werden hier an der Eisenfarm entlang, also circa auf der Höhe, hier ein Block über diesem Block, der da ist, werden wir einen Block da drüber, ein weiteres Wasserbecken bauen. Was im Prinzip bis nach da vorne geht. Und hier vorne wird es von Trichtern eingesammelt und dann, nein, nicht einfach hier lang gespült und dann, dass es da zerplatzt oder so, das wollen wir ja nicht. Sondern es wird von Trichtern eingesammelt, zu Knochenmehl gemacht und das Knochenmehl wird dann via Trichtern einfach in, schätze ich mal, ja, an einen Punkt gebracht, dann runter gedorpt und dann fällt es ja eh nach da unten. Doch zuerst würde ich sagen, werde ich jetzt einmal das Wasserbecken bauen, direkt die Kaktusfarm darauf bauen und die Kaktusfarm wird dann auch directliness auf Höhe 250 gebracht. Heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich einen Prozess von 20, 25, 30 Stunden machen, dass einmal die Kaktusfarm dann von da unten in der Breite genau bis nach da in die Ecke, bis nach da ganz, ganz, ganz oben reicht. Außer natürlich, mir fällt zwischendurch auf, yo, die produziert jetzt so viel, dass es gar keinen Sinn machen würde. Um ehrlich zu sein, gehe ich davon jetzt einfach mal nicht aus, dass das so passieren wird. Es gibt ein paar Umstände, die wir besprechen müssen, weswegen wir jetzt auch so einen straight up Abbruch der Timelapse haben, denn eigentlich, eigentlich hatte ich vor, die Baumfarm hier einmal bis für 256 zu ziehen, heißt bis nach hier oben, was definitiv noch ein bisschen Zeit gekostet hätte. Denn ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich da reingesteckt habe, auf jeden Fall viel zu viel dafür, dass wir eigentlich nur Knochenmehl brauchen, das müsst ihr euch mal vorstellen, Digga. Ich habe das Ding gebaut für Knochenmehl, für Knochenmehl. Genau dieser Satz bringt mich momentan ein bisschen zum Heulen, weil mir haben schon zahlreiche Zuschauer auf YouTube und auf Twitch in meinen Live-Chat geschrieben und mir gesagt, hey Bruder, warum baust du das eigentlich, denn in der 1.17, die neue Minecraft-Version, die rausgekommen ist, gibt es jetzt eine Möglichkeit, Knochenmehl zu bekommen via einer ganz einfachen Farm. Und nicht wenig Knochenmehl zu bekommen, sondern eigentlich braucht man eine Stunde, um diese Farm zu bauen und hat das Dreifache, das Dreifache an Knochenmehl raus, was ich bisher aus diesen Kakteen-Farm rausbekomme. Rein theoretisch kann man es so sagen, wir haben 60, 70, vielleicht sogar 80 Stunden an Arbeit umsonst investiert, wirklich umsonst, weil ein Update auf die 1.17, oder hätte ich früher gewusst, dass es in der 1.17 sowas gibt, dann hätte ein Update auf die 1.17 gereicht und wir hätten das gesamte Knochenmehl dreimal so viel, wie wir es eigentlich benötigen, zusammenbekommen. Das ist hart, das ist wirklich hart, müssen wir jetzt erstmal mit leben und genau deswegen werde ich jetzt dieses Kakteen-Farm-Projekt hier zwischendrin abbrechen, beziehungsweise einmal beenden, damit wir dann wirklich mit den Baum-Farm weitermachen können, denn das soll ja jetzt mal fertig werden. Und in der 1.17, denke ich, machen wir noch irgendwie so eine Update-Folge oder irgendwas in die Richtung, wo ich dann einmal mit euch alle Farmen durchgehe, wir alle Farmen reparieren und das dann hoffentlich hier auch mit der Moves-Farm einmal machen, sodass ich wirklich mehr, mehr als genug Knochenmehl zusammenbekomme, um alle Baum-Farmen wirklich 40, 50, 60 Stunden durchgehend betreiben zu können. Das ist natürlich der Traum. Wir wollen jetzt hier einmal alles in Glas höhen. Die gesamten Kakteen-Farmen sollen einmal mit Glas im Prinzip umrandet, ummantelt werden. Auch diese hier, damit das einfach ein Abschluss ist, damit das geil aussieht und im Prinzip wie so sein separater Abteil im Bauprojekt oder in diesem Eisen-Farm-Baum-Farm-Sonst-was-für-Farm-Bauprojekt, damit das einfach geil wirkt so. Natürlich, wie man mich kennt, habe ich das mit dem Glas alles schon rangeholt. Bedeutet, da müssen wir uns jetzt keine Farming sorgen oder so machen. Ich kann das einmal hier oben links einblenden. Ich habe hier jetzt in der letzten Zeit mit Villagern wieder viel getradet, habe das dann einmal alles umgekraftet und jetzt haben wir das hier in den Schalkerkissen wirklich mehr, mehr als genug Glas, schätze ich mal, für die gesamten Kakteen-Farmen. Wir setzen das jetzt direkt, ihr seht das in einer wunderschönen Timelapse. Wie gesagt, hart aber wahr, 70, 80, 90 Stunden umsonst investiert, eigentlich wirklich umsonst. Aber dafür haben wir halt am Ende dann nicht nur das Dreifache Anertrag raus, was wir eigentlich brauchen, sondern halt das Vierfache, ne. Keine Ahnung, kann ja nicht schaden. Damit willkommen zurück aus der Timelapse. Es ist vollbracht, ich glaube über 16 oder 17 Doppelkisten, die doch letzten Endes hier reingeflogen sind. Ich habe sogar zwischendrin noch einmal neue Stuff getradet, um überhaupt genug Stuff hierfür zu haben. Guckt euch das mal an, einfach zu heftig. Aber, unsere Checkliste ist soweit erstmal gut abgearbeitet. Wir haben das größte Projekt jetzt hinter uns, jedoch fehlt noch was. Und zwar, ihr seht es, hier die Eisenfarmen. Das Eisenfarmenproblem, ich habe das jetzt schon gefixt, indem ich hier an die Ränder so Diorit gesetzt habe. Diorit half, selbst wisst ihr wie ich meine. Habe das generell bei jeder Farm im Prinzip dann wiederholt, sodass solche Fehler nicht mehr passieren können. Vorher gehen wir jedoch jetzt erstmal Zombies holen. Und wenn die Zombies hier sind, können wir ja die Railbahn bauen und weitersehen. So, dafür habe ich jetzt hier einmal den Kreis geupdatet, dass wenn die hier reinkommen, die auch schön und fein hier drinnen bleiben. So, Name-Takes haben wir hier. Ne, wir nennen die einfach alle Monster. Digga, die Monster. Dann haben wir 52 Stück, die werden wir nicht alle brauchen, aber lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Und dann gehe ich jetzt da hin und gucke mal ganz kurz nach, wo wir die Zombies finden. Liebe Zombies! Okay, das brauchten wir jetzt nicht. Zwei Stück habe ich, die muss ich jetzt nur... Äh, wie auch immer. Äh, die muss ich jetzt nur auch wie auch immer nach Hause bekommen. Ah, noch ein Mini-Ne, Mini-Zombies brauch ich nicht. Weg. Ah, noch einer. Ah, noch einer. Ne, 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 ne. Das ist nicht mein Tod. Das ist nicht mein Tod, Digga. Ohne Rüstung lebt sich schwer. No joke. Kommt mit zwei. Die... Das Skelett lassen wir mal bitte in Ruhe erstmal. Der nice, wenn das Skelett jetzt nicht die Zombies anschießt, sondern mich weiterhin. Weil das Skelett schafft es auf jeden Fall, einen Zombie zu töten. Oh mein Gott, es hat einen Zombie getötet. So ein... Genau, nächster Kollege ist drin. So, ich glaube, das müssten jetzt dann insgesamt fünf sein, wenn ich mich nicht irre. Von Kao und elf. Ich würde sagen, wir gehen mal auf elf. Und sehen bei dem Rest dann mal weiter. So, nein! Oh, fuck. Einer ist rumgegangen, ohne dass ich ihn unbenannt habe. Geh mal da rein. Danke. Nummer sieben ist drin. Au! Au! Au, nicht totboxen, bitte. So, komm mit. Ein, eins, zwei. Wo ist der dritte? Ah, du bist der ganz dumme, oder was? Ich glaube, du bist der ganz dumme. Komm noch. Hallo. Komm mit, mein Schatzi. Und ab rein. Zehn. Okay, einen brauchen wir noch. Ein oder zwei. Oh, nee, 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 dich nicht. Oh! Bro, darauf war ich ja gar nicht gefasst. Oh! Oh! Ey, Kollege! Du stehst ja vor dem Hauseingang. Was geht, was geht? Komm mit. Einmal bitte einsteigen. Einsteigen. Zack, perfekt. Dann haben wir alle. Ich brauche jetzt hier den Kram, den ich gebaut habe, wieder ab. Und dann muss ich gleich mal nachgucken, wie wir das machen mit dem Minecart und mit der Strecke und so. Oder das war damals schon echt sehr, sehr kompliziert. Wir springen da jetzt rein und fliegen direkt hier raus, ohne dass ein Zombie stirbt oder sonstiges. Okay? Zwei, eins. Okay, alles gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, okay, dann würde ich sagen, ich verfrachte die Dinger jetzt alle mal in Lorn und ziehe dann nach so einer Schienenbahn bis nach da hinten. Wir versuchen die einmal alle neu in Boote zu setzen. Wird eine ganz schöne Arbeit. Seht das jetzt alles in der Timelapse. Let's go. Äh, ich bin, ich bin hyped. No joke. Eisenproblem, gefixt. Mehr Knochenmehl, gefixt. Glasumrandung, gefixt. Noch ein Punkt steht auf der Agenda und danach machen wir den Final Test, den Stundentest und danach einen Achtstundentest. Ob das Ganze hier so klappt, wie ich es mir vorstelle oder ob es sich klappt. Für euch, äh, ist es ein kurzer Dazwischencut jetzt wahrscheinlich. Ich befinde mich jetzt am, welcher ist heute? Der siebte, siebte. Der siebte, siebte 2021. Und ich wollte jetzt gerade eigentlich das Projekt hier beenden und dann ist mir aufgefallen, Bruder, hier fehlt einfach noch die Pipeline. Die Pipeline, die hier oder die von hier, das Knochenmehl im Prinzip. Einmal wegbringen, Bruder, hier sind noch drei Doppelkisten schon wieder zusammen. Nach hier hinten zu der generellen Knochenmehl-Pipeline. Ich glaube, die ist da unten sogar, ne? Ganz unten, Digga. Da, die ganz unten, die ihr da seht, da muss im Prinzip die Pipeline hin. Ich baue jetzt einmal die Pipeline. Und Maschallah, dann haben wir hier echt ein dickes, dickes, fettes Projekt, was sich endlich mal, endlich mal dem Ende naht. So, Freunde, wir haben jetzt die Pipeline gebaut und die funktioniert tatsächlich soweit auch. Also hier oben wird alles einfach rausgedroppt. Ich weiß nicht, manchmal fehlen mir irgendwie die Raketen-Zauze momentan. Ähm, hier oben wird immer alles rausgedroppt, sobald ein Knochenmehl fertig ist. Also wir können ja kurz warten, bis eins droppt. Komm, komm, komm. Da, ah, bam, das geht dann da runter. Oh, jetzt habe ich aus Versehen, wenn der Tag eröffnet. Geht dann hier runter, fällt dann hier lang. Bam, da war's. Äh, und dann geht's im Prinzip da unten rein. Hier sind Druckplatten drauf, damit ihr keine Endermans spawnen. Und Obsidian ist da einfach dafür, dass das TNT von dieser Baumfarme nicht dort die Pipeline wegsprengt. Und dann wird es nach hier hinten transportiert und kommt dann hier oben fleißig raus und wird hier aufgeteilt. Geht dann zu den verschiedenen Baumfarmen und wird einsortiert. Relativ, relativ einfach ist ja... Sieht ja alles sehr einfach aus und ist sehr, ähm, übersichtlich vor allem gebaut. Muss man einfach mal wieder sagen, habe ich gut hinbekommen, hust, hust. Was jetzt das ganz entscheidende Ding ist, ähm, es ist fertig. Klingt ein bisschen komisch. Wir wollen ja in der 1.17 dann noch neue Baummähfarmen bauen, aber sonst steht diese Farm eigentlich erstmal und alles ist soweit beendet. Ich würde mich jetzt eine Stunde lang, vielleicht auch anderthalb, zwei Stunden lang, ich blende euch die Zeit, wie lange das am Ende war dann ein. Ähm, stelle ich mich jetzt erstmal auf K. Ich würde mich hier an die Baumfarmen auf K stellen und werde setzen. Währenddessen werde ich die zwei, ähm, halbautomatischen Farmen einmal anschalten. Die sollten auch soweit ordentlich funktionieren. Und dann gucken wir mal, ob das ganze System funktioniert. Und falls es funktioniert hat, seht ihr im Zusammenfassungsvideo des ganzen Projekts einmal die Gesamtnachträge sowie so unfassbar viel mehr. Aber natürlich kommt in Folge 200 erstmal die World Tour und der Download. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.